Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Als du zum ersten Mal hier warst, gab ich dir die Chance, einfach zu gehen. Du hast abgelehnt. Und im Angesicht Gottes gebe ich dir diese Chance. Ein letztes Mal. Leg die Waffen nieder und nimm deine Freunde. Du lässt mir meine Herde und gehst in Frieden. Wie in Frieden. Du bist doch völlig krank. Ist er das? Mann, wir hätten niemals hierher kommen sollen. Du weißt, was zu tun ist. Und bedenke. Und bedenke. Gott beobachtet dich. Jede Kränkung. Jede Ungerechtigkeit. Jede Entscheidung zeigt unsere Sünde. John lag falsch. Deine Sünde ist nicht Jezum. Du würdest die Welt eher leiden und brennen sehen, als deinen Stolz zu schlocken. Und das Schlamm tat das sechste Siegel auf und erwacht ein großes Erdbeben. Die Sonne ward schwarz und herroth. Eure Freunde habt die Wahrheit erkannt. Die haben ihn stet in ihre Herzen gelassen. Die wollen nämlich sterben! Jo den Vater. Ja! Hint vor, Dämonen! Wird es noch süßer, wenn ihr alle vergeht? Ich habe dir jede Chance gegeben, und du hast sie weggeworfen! Du hast die Welt um uns herum zum Einstoß gewarnt! Verkennst du das denn nicht? Mein ist das Gesicht der Wahrheit! Die Hände fieser sind stärker als die Hände weniger! Das war schräg! Ich bin jetzt zu viel, aber es ist Zeit, dass Vater Joseph reint. Was ist das? Was ist das? Alles was du verdient hast! Alles wofür du gekämpft hast! Warum sonst? Noch etwas zu schrauben! Guck! Scheiße, die Wand an! Das ist eine Höherstelle! Ich wollte dich auf den Kopf zu machen! Ich bin schon vor, über die Tür. Schnell, jetzt geht es los. Ich bin schon vor, hier. Ich bin hier drüber! Ich kann dich nicht! Ich bin hier drüber! Vergib ihn, Vater! Denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Als der Schlamm das siebte Siegel aufbrach, wurde es ganz still im Himmel. Dann sah ich die sieben Engel und sie erhielten sieben Posaunen. Da kam ein Unheil. Donner und Blitze. Die Erde bebte. Joseph Seed, Sie sind verhaftet. Eine gewaltige Stimme rief aus dem Tempel den sieben Engeln zu. Geht eurer Wege und gießt die sieben Schalen mit Gottes Zorn über die Erde aus. Das ist vollbracht, Kind. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Was ist denn los? Ich muss meinen besten nein! Oh, mein Gott! Ich muss das! Ich muss das einfach! Ich muss das einfach! Ach schon! Hör, hör, hör! Verdammte Scheiße, Jungspund! Verdammte Scheiße! Siehst du das, wo auch immer du bist? Komm in den verdammten Bunker, sofort! Wir werden sterben. Wir werden sterben! 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 ступление Zorn! Bring uns trois im Bunker! Los! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Lass auf die Straße auf! Die Freunde! Er hatte Recht! Er hatte verfickt noch mal Recht! Klappe, Brett! Vorsicht! Ausweichen! Immer weiter! Wir werden für unsere Sitzung trennen! Wir werden für unsere Sitzung trennen! Wir werden für alles, was wir getan haben! Gegrüßes seist du, Maria, voll der Gnade! Der Herr ist mit dir! Du bist gemeldet ein unter den Frauen, und gemeldet ein ist die Frucht deines Leibes, Jesus! Heilige Maria, Mutter Gottes! Wir werden für uns wieder jetzt und in der Stunde eines Todes! Amen! Wir werden es nicht schaffen! Wir werden es nicht schaffen! Wir werden es nicht schaffen! Achtung auf den Frauen! Wir werden es nicht verлег Umm- UNTERTITELUNG BAKER Achtung! Achtung! Dies ist das Notfall im Hang. Suchen Sie sofort einen Schutzaufbau! Suchen Sie sofort einen Schutzaufbau auf. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Du weißt, was das bedeutet. Es bedeutet, die Politiker schweigen jetzt. Es bedeutet, die Unternehmen wurden ausgelöscht. Es bedeutet, die Welt wurde geläutert durch Gottes gerechtes Feuer. Aber vor allem... ...bedeutet es, ich hatte Recht. Der Kollaps ist gekommen. Die Welt, wie wir sie kannten... ...ist nicht mehr. Ich habe so lange gewartet. Ich habe so lange gewartet, dass die Prophezeiung, die Gott mir gegeben hat, endlich wahr wird. Ich habe meine Familie darauf vorbereitet. Und du hast sie mir genommen. Ich sollte dich töten für das, was du getan hast. Aber du bist alles, was mir bleibt. Du bist meine Familie. Und wenn die Welt bereit ist für die Wiedergeburt, treten wir zurück ans Licht. Ich bin dein Vater. Und du bist mein Kind. Und gemeinsam marschieren wir zum Tor von Eden. Oh... ... Hm. Untertitelung des ZDF, 2020